Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier dreht sich das um ein neues EcoFlow-Produkt und dann würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Es geht um ein EcoFlow für Energielösung unterwegs, kann ab 11.06. bestellt werden, wenn ich das richtig gelesen habe oder mitbekommen habe, mit 10% Nachlass. Bis zum 17.07. zählt der Gutschein. Ich verlinke euch das, beziehungsweise ich schreibe euch das auch in der Videobeschreibung. Den PowerStream für zu Hause kennt ihr ja. Und hier gibt es eine Möglichkeit, dass der PowerStream in ein Auto oder ein Wohnmobil oder in einen Sprinter oder sowas verbaut werden kann. und den könnt ihr unterwegs laden mit bis zu 800 Watt unterwegs. Also circa eine KW-Stunde in nur 1,3 Stunden. Circa. Statt 12 Watt. Das hört sich doch schon mal sehr interessant an. Hier ist jetzt zum Beispiel so eine Art Sprinter oder Wohnmobil, wie man sich das vorstellt. Hier vorne, das wird mit der Hauptbatterie angeschlossen, wird dann geerdet und verkabelt und so weiter und so fort. Und dann kann man hinten oder wo auch immer die Geräte anschließen, werden mitgeladen und dann habt ihr auch Strom für unterwegs. Keine schlechte Idee. Also hier sind jetzt so ein paar Beispiele. 361 Mal Mobilfunktelefone, was auch immer. Wir scrollen hier mal ein bisschen weiter. Finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Grenzenlose Energie für unterwegs. Hier vorne ist ja der Stromgenerator, der ja immer dabei ist beim Pkw oder beim Auto. Ob nun Diesel oder Benzin ist ja egal. Dann wird das verkabelt. Hier ist der Powerstream, der damit verbunden ist. Und dann kann ich an den Powerstream ganz normal andere Geräte anschließen. Und dann bis zu 800 Watt, keine schlechte Idee, 3 in 1. Also wie gesagt, es sind mehrere Vorteile. So stellt man sich das ungefähr vor. Ich kann auch den Solarpanel anschließen. Also hier gibt es auch verschiedene. Wie gesagt, ich verlinke euch das alles unten. Und wenn man sich registriert, und dann kann man hier 10 Prozent, also man sollte sich registrieren zwischen dem 9. Mai und dem 11. Juni. Und den Gutschein von 10 Prozent gibt es zwischen dem 11.6. und dem 17. bis 15 Uhr. Ich finde das eigentlich eine gute Lösung. Das ist ja die Delta 2 oder die Delta 2 Max. So kann man sich das vorstellen. Aber wir gehen mal auf Schritt 1. Das ist hier die Klemme, die vorne in den Motorraum reinkommt. Da sieht man, wie das dann verkabelt wird. Das sollte dann auch ein Fachmann machen. Das ist jetzt hier so in kurzen Schritten erklärt. Hier wird dann das Kabel verlegt. Das ist ein dickeres. Das wird dann an diesen Powerstream, der hinten verbaut ist, angeschlossen. Und ihr habt die gleichen Zugriffsmöglichkeiten mit der App wie zu Hause. Sondern es ist, dann kann man das, wie gesagt, die Delta 2 oder die Delta 2 Max anschließen. Es gibt auch hier ein Pickup-Video oder ein Transporter-Edition. Das sollte man ruhig sich mal anschauen. Und dann würde ich sagen, das sollte es ja auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denn ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave Ja, wir sehen uns im nächsten Video.